Hallo Leute, Willkommen zurück bei Left 4 Dead 2. Mit dabei heute Funky, Hallo! Der Gorobai, und der Soki und dem Gegnerteam, Dalu, Phil, Krabs, Kapuze. So sollen wir hier angreifen oder? Wir können ja erstmal ein Go geben. Ja, aber ich würde hier vorne machen direkt. Ich würde direkt hier vorne machen. Ich finde es auch besser, wenn wir nach Ready fragen und ein Go sagen, als Jungen. Ne, vor allem Dalu schreibt ja immer Y und letztens haben wir so schon als Spaß gesagt, so, ja, Y heißt ja eigentlich Hawaii, also, ne, so, warum? Ich bin, hab ja noch da, ich bin noch nicht... Okay. Ach, schade. Ich hab Kapuze, nicht. Krass, hat sich der Sexy Man getötet, ey. Jetzt beim Aufzug auf jeden Fall Action. Aber ich brauch zu lange. Ne, das schaffst du nicht. Und den Charger lieber nach oben, genau. Ja, nach oben, bevor wir keinen haben. Ja, eben. Und dann kannst du nämlich einen definitiven Kill machen. Lass dich nicht baiten von denen. Ich bin um. Hast klar. Ich bin auch hier. Notfalls kann ich vielleicht... Du kannst, also ich werde jetzt spawnen, du kannst auch gleich schon mal spawnen, dass du schon hier bist zumindest. Also, denk dran, Funky, ne, einfach dann hier so schräg laufen und, äh, definitiven Kill mitnehmen. Die hören euch jetzt natürlich. Ja, ja klar. Nicht, lass dich nicht baiten. Denk dran, die werden wahrscheinlich erst gucken und versuchen dich da rauszulocken. Ah, schade, Sophie, du hättest drüben spawnen sollen. Jetzt. Oh. Ich hab wen. Einer, einer, äh, muss aufgehoben werden von denen. Ja, da hängt, aber wir haben den Charger verloren. Ah, ne, der kommt da hoch, oder? Ne, ich bin, dass der da hochkommt. Und ich hab gleich wieder einen. Yes, Phil. Leute, Phil. Was? Immer weitermachen. Nicht... Ich hab den nächsten. Ich hatte, ich hab Daten gehabt eben, als, als Dings. Ich hab wieder einen. Oh Gott, wie oft soll ich das noch machen? Wie oft soll ich das noch machen? Ich hab vier Leute schon runtergezogen. Und ich werd jetzt den fünften, wenn sie wieder nicht aufpassen können. Ah, ich bin runtergefallen. Du lebst noch, du lebst noch. Ah, schade. Ich lebe immer noch, ja, ja. Ich lebe immer noch, ja, ja. Ich muss mich heilen. Moment, ich muss heilen. Okay, komm schnell wieder rein. Ich muss mich heilen. Jetzt geht's gut. Gut, weiter geht's. Ich muss laden. Ah, das ist dick. Tank. Goro ist Tank. Ja, ich bin Tank. Ich bin jetzt schon gespawnt. Das ist der Schaden. Lass die nicht aus dem Haus kommen. Okay, die kommen nicht aus dem Haus. Macht ihr da schon Action? Oh ja, Phil wurde gezogen. Der hängt nicht aus. Yes, Goro. Lass sie nicht abfahren. Einer liegt unten. Sehr schön. Hau sie runter. Vorsicht, Goro. Du kannst gleich nicht die Treppen hoch. Es brennt. Ich brenne nicht schon. Ich muss nur noch einen töten, Goro. Der ist unten. Geh runter. Runter. Und dann rechts. Runter. Das andere runter, Goro. Ich kann ihn auch übernehmen sonst. Okay. Schön. Bist du wieder Darth, äh, äh, Funky? Ja. Ah, sauber. Ja, das war noch ein guter Tank dann, ne? Wow. Gut gemacht, Goro, ey. Wir müssen an den Tank vorbeikommen. Das wird wichtig, sondern auf den Fassern. Ja, das ist das Wichtigste. Alter, ich weiß nicht, wie ich das da am Anfang gemacht hab, dass ich die Surface gezogen hab. Ne, die haben mich nicht erwischt. Das war richtig gut. Ähm. Okay, Leute. Ich nehme den Schläger. Hier ist ein Doppelpiste. Zurück zum Boot, Leute. Ich hab auch Schläger. Ähm. Geh auf rein. Geh dann. Haben wir noch was an? Wer hat einen Molli mit? Keiner. Ach, da nehm ich den Molli mit und dann brauche ich noch eine richtige Waffe. Kann er sich nicht überall löschen da? Okay. Ne, das sieht nur so aus. Der kriegt trotzdem Schaden. Sogi nimmst du noch ein Medikip mit oder? Oh ja. Brauchst du nicht. Mach dir erstmal Fragen. Okay, dann. Was machen wir? Wie gehen wir? Hier rechts ist ein Smoker. Wollen wir rechts rausgehen, damit rechnen die doch nicht. Ja, lass rechts rausgehen. Siehste? Keiner hier. Hey, guck mal da oben ist ein normaler Infected auf der Tankstelle. So, Sturm kommt dann. Alle beieinander? Ja. Was? Da ist ein Char-Char irgendwo. Hat er wen? Ich bin angeboomert. Ich auf mir. Tore. Sauber danke. Oh nein. Werden den Ding ist jetzt gekillt. Ich hab ne Zunge, Leute. Wie bist du ungefähr? Und ich hab ein Char-Char. Ich hab ein Char-Char. Ich hab ein Char-Char. Und der Char-Char lang. Zurück? Ja. Boah, wenns regnet und dunkel ist und du dann angekotzt bist okay, da kann man wirklich fast nichts mehr sehen ey. Vorsichtig weggezogen. Danke. So, ich würd sagen, äh... Wir haben uns mega aufgeteilt auf Warten. Also ich bin hier beim Aufzug jetzt. Okay. Ich bin bei Goro. Ja, alle heilen, dass ihr schnell genug seid. Das ist das wichtigste. Boomer. Boomer, Leute. Nicht schießen. Das mach ich mal ein bisschen schwer. Da ist ein Char-Char. Leute, Char-Char ist da. Ich versuche ihn anzulocken, okay? Warte, versucht mich dann bitte aber zu retten. Ich versuche ihn anzulocken. Nee. Hunter ist auch noch da. Da ist der Hunter. Der Hunter ist da. Okay, da ist der Char-Char. Hab ihn einmal getroffen. Zweimal getroffen. Da ist er weg. Okay, go. Links lang? Ja. Jockey ab. Nicht ziehen lassen. Soki hat ein Jockey. Ja, der Hunter. Tank wurde aktiviert, Leute. Wir müssen weiter. Leute, lauf, egal. Weil wir müssen punkten. Leute, wir müssen laufen. Der Tank ist da. Ja. Lauf, lauf, lauf. Okay. Oh, schade. Mich hat er. Lauf, Alter. Nee. Okay, der Smoker hat mich. Ja, dann wacht das. Nee, wir konnten keine Punkte auf Wursch. Nee. Nein. Wir haben genau gleich viele Punkte. Ja. So ungefähr auf jeden Fall. Nee, ganz genau. Wir haben genau gleich viele Punkte. Auch? 225? Ja. Das ist ja krass. Oh, oh, oh. Ja gut. Dann wurde das vertagt, Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschau, tschau. 205, ja. Schvernig, das war mir wieder ein. Das war so kinda.